Mach dich bereit, mein Pz-Germann-Pforte. Es sind eine ganze Menge. Ja, gut. Drei Minuten bis Chewbacca. Finde einen Weg durch den Wald. Ja? Was ist das hier? Hä? Hier befindet sich doch irgendwas unter. Hier befindet sich... Ach, nee. Oder doch? Findet sich hier etwas... Ah, guck! Ich muss erst mal was zusammenbauen. So. Ach, guck! Hä? Bau dir Lukas? Ist das ein Hauding, Lukas? Wow, ey. Ach, guck mal, so geht es doch schneller. Ah! Minikit! Nice! So geht das! Oh, okay. Geil. So ein Hauding-Lukas war das. Irgendwie gut. Oh. 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 Mal ehrlich. Äh... Hier, Wakelet? Denken? Was? Ist das ein Schutzsammler jetzt oder wie? Hier, 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 hier! Anleitung. Halte Wege drückt, um das Website-Menü zu öffnen. Ui! Ui! Halte LT gedrückt, um zu zielen. Hä? Drücke RT, um zu feuern. Wow! Wir haben endlich einen... Wow! Endlich haben wir einen Schutzsammler! Als Evok! Voll süß! Machen die hier Party, oder was? Oh, was? Na, ich bin jetzt euer Ernst. Ist ja süß! Das ist ja mega genial! Ja! Na jetzt... Ich glaube, jetzt brauchen wir eher die Kraft von einem... Rookie! Alter! Als die süße... Als die... Als die Niedlichkeit eines kleinen... Äh... G-Bots. Oh, das ist so putzig! Oh nein! Äh... Uiuiui! Nein, du bist immer... Oh, ist der gerade... Oh mein Gott! Moment! Ah, hier! Bauen! Was bauen wir? Was bauen wir? Ein Holzhammer? Eivokorn! Was habert ihr habt ihr Lusthaus mit dem... Und warum... Oh nein, das ist nicht so los. F Version 5. Und wie ist das alles kaputt! Wuiäh! Ah, сам nicht mal so schlecht! uerndican... Oh, so schlecht! Nein! Der Taiää Ah! Halt! Komm! Okay, gut, dann geht's fight Ah! Okay! Ah! Es war gegen den ATFC! Oh! Dann brauch ich später einen Jedi, okay. Ah, da oben ist ein Minikit. Da will ich hoch! Da will ich hoch! Okay. Komm ich da noch hoch? Ich weiß es nicht. Oder ich komm da erst. Er spielt ja hoch. Ich will das hier zusammenbauen. Ah, hier. Ach so. Ich dachte schon, da würde was passieren. Ja genau! Tritt drauf! Tritt drauf! So! Guck! Ja, Rebellen! Ähm! Ist das euer Ehr? Ja! 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 Und jetzt kann ich da oben hoch! Oh, schlau, schlau. Das nenne ich wirklich blau. Warte mal, B drücken. Und den... So, ja. Oh je, der Arme. Was muss ich hier jetzt machen? Ich glaube, ich brauche mal mit... Ah, diese... Das hier brauche ich. So, rein. Voll. Da brauchen wir beide. Oh, guck mal, bei Chewbacca ist es schwerer. Ui. Ui. Oh, hier brauchen wir auf jeden Fall ganz viele Münzen. Ne? Deswegen mache ich erstmal alles hier schön, kurz und klein. Ich weiß ja nicht, wie groß dieses Level ist. Also, wie viele München, die wir uns sammeln. Ist schon wieder eine Nachbindung von dem... Von drei PO-Gewüsen. Nein. Okay. So, Nummer zwei. Behalten. Netzwerfer. Zielen. Und... Ran. Ah, da muss ich weitermachen. Okay. Zielen. Schießen. Und weiter. Das ist echt schlau. Wo geht's lang? Wo muss ich gucken? Ich muss gucken. Da, lang. Äh... Moment. Mit dem Netzwerfer kannst du nur zwei Netze gleichzeitig anbringen. Wenn du ein drittes Netz anbringst, wird dadurch das älteste Netz zerstört. Also feure deine Netze mit Bedacht ab. Ah, ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Kann das... Ja. Oh, Moment. Hier. Etwas verwenden. Ein Gleiter. Ja, genau. Der Gleiter. Halte Briegel drückt und das... Ja. Mhm. Den Gleiter. So. Dann kann ich quasi jetzt hier rüberfliegen. Ist ja... Mega durchdacht. Oh. 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 Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh. Hä? Muss ich springen? Ah. Aber irgendwie... Ich habe es noch nicht so wirklich verstanden, glaube ich. Ich werde jetzt mal da rüber gehen. Mal gucken. was mir das hier bringt. Okay. Nicht so viel. Gleiten und halten. Äh. Ich bin ganz schön. Ich habe ein bisschen... Oh. Jetzt haben wir es. Guck mal, Chupa liegt da mit dran. Oh nein. Ich weiß. Katika. Hallo. Willhelm. Nein. Hi. So. Jetzt Chewie und Wicked. Jawohl. In den ATSC´s! Ja moin! Und jetzt haben sie es! Jetzt mischen sie erstmal ordentlich auf die beiden! Ich muss ja auch noch Münstchen sammeln! Ach guck mal, schon zwei Herausforderungen hingekriegt! Ohne es wirklich zu wissen! Cool! Ja, komm! Ach jetzt haben wir! Jawoll! Nicht dein Ernst! Ich liebe dich! Ja, ich weiß! Stehen bleiben! Keine Bewegung! Was ist das jetzt los? Ähm... Jui? Jui! Komm hier runter! Nein, warte! Ich hab ne Idee! Ich bin natürlich großartig! Nein, man! Jetzt haben wir wieder ins Sof. Ich bin ja was. Ich bin ja einmin. Ich bin ja nicht. Dann bin ich. Und jetzt bin ich. Euer Christian. Ich bin ja nicht am lieb!